Aqaba ist der Name eines Kinderspiels von Guido Hoffmann aus dem Jahr 2004. Hoffmann war auch für die Grafik zuständig. Erschienen ist es bei Haber. Das Brettspiel, bei dem Geschicklichkeit und Gedächtnis gefragt sind, wurde 2005 mit dem Deutschen Kinderspielepreis, dem Deu Innovation Award und mit dem Siegelspiel gut ausgezeichnet. Außerdem wurde es für den ASEO R.V.J.D. Lenny in Cannes 2006 nominiert. Ablauf Auf dem Buzzer von Aqaba mit unterschiedlich großen Verkaufsständen und einem Brunnen in der Mitte soll jeder Mitspieler fünf Geschenke für das bevorstehende Familienfest erstehen. Als Fortbewegungsmittel dienen fliegende Teppiche. Jeder Spieler erhält seinen Satz Familienkärtchen, die gemischt und von denen zwei aufgedeckt werden. Die 30 Geschenkkärtchen in drei verschiedenen Farben werden nach den Rückseiten sortiert und verdeckt in drei Stapeln platziert. Die Buzzerstände werden mit ein oder zwei verdeckten Geschenkkärtchen bestückt. Zudem erhält jeder Teilnehmer einen fliegenden Teppich. Der Startspieler drückt nun den Blasebaug, um seinen Teppichflieger per Luft zu einem Bazar zu bewegen. Gleichzeitig würfelt der linke Spielnachbar mit zwei Farbwürfeln. Der Blasebaugspieler versucht erst so lange, bis der Würfelspieler einen Pasch erzielt und Stopp ruft. Der Spielzug ist beendet. Er endet auch beim Umblasen eines Teppichs. Landet man an einem Bazarstand darf man das dortige Geschenk einkaufen, aufladen und eine neue eigene Familienkarte umdrehen, sowie den Bazarstand wieder befüllen. Gewinner ist wer als erster alle fünf Geschenke eingesammelt hat. Außer dem Spielplan und den vier Spielfiguren, sowie dem Blasebaug enthält die Schachtel als Zubehör noch die Wunderlampenchips sind bei einer Spielvariante zu nutzen. Dabei kann man diese, so man sie vorher in einer Höhle in der der Teppich landen muss, erwarb, zum Stoppen der Würfelei einsetzen und ohne Hass zum nächsten Bazar fliegen um einzukaufen. Hoffmann nutzt hier auch erstmals den Blasebaug als Fortbewegungsinstrument, das er später dann beim Kinderspiel des Jahres der Schwarze Pirat verwendet. Was ist der Rund der Würfe von 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 Vielen Dank.